Musik Ich gucke auch mal nach. Das letzte Foto ist ein Video meiner Tochter, das sie für ein Schulprojekt gemacht hat, wo sie Nachrichten aufgenommen hat von einem Greenscreen. Anke Rehlinger hat die Wahl im Saarland gewonnen und viele Geflüchtete kommen nach Schleswig-Holstein. Ich bin noch Oldschool, ich mache Doppelpunkt minus Klammer. Den klassischen Smiley. Die meiner Frau. Karen Lossum, das viermal mit vier verschiedenen Nummern. Weil wir uns schon lange kennen, in verschiedenen Ländern gelebt haben und immer wieder andere Nummern dazu gekommen sind. Und mein Handy schafft es nicht, das alles zu konsolidieren. Ich muss gerade mal einmal gucken. Der letzte Anruf war bei meiner Büroleitung. Termine heute. Das ist jetzt Wahlkampf, vier, fünf, sechs große Termine jeden Tag. Ich glaube nichts. Ne, stimmt gar nicht. Das ist tatsächlich heute Beginn Zukunft. Mein altes Thomas Lasse Müller, heute Beginn Zukunft. Spitzenkandidatpräsentation. Das ist ein Bild von meinen Kindern am Strand. Spiegel online. Fünf vor dreißig. Jeden Tag? Jeden Tag. Auch am Wochenende? Nein. Am Wochenende? Sechs dreißig, sieben dreißig. Streamer. Also die Text-Message-App Streamer. Streamer ist einfach datensicher. Und das benutzen wir vor allen Dingen auch in der Kommunikation, in der Familie, aber auch mit der Partei. Das begleitet mich von morgens bis abends und ich gucke immer regelmäßig drauf.